Hupen Achtung 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 Aha, da ist die Fter, schön! Hier könnte man sogar rein theoretisch hinkriegen, einen Wasseranschluss zu machen oder so. Oh, scheiße, jetzt habe ich ausversichtlich mal Wasser getragen. Leck mich doch. Ja, wie gesagt, man gewöhnt sich das einfach halt im Laufe des Spiels durchgehend an, einfach immer zu springen. Das ist, äh, ja. Äh, wo kriegen wir eigentlich die Masken her, die wir blazen sollen, ne? Ähm, ich glaube, indem du einfach ein Ding schon erinnerst, also, Speed zum Beispiel. Ah, okay. Ich habe hier so ein... Also, warte mal, ähm... Ich habe ja hier so ein komisches... Ja, stimmt, ich brauche eine Notiz und da kann ich mal auch was bauen. Bauplan-Notiz. Ich schreibe deine Notiz, ja, annehmen, danke. You don't have the right shop. Wie? Ich habe den right shop. Achso, ich muss den shop... Achso, ich muss den... Ja, im shop... Oh, jetzt habe ich zweimal dieses shop-totem gecraftet. Leck mich doch. Leck mich doch. Wo baue ich denn das hin? Schuße shop. Ah, ja, genau. Ach, was habe ich denn jetzt gewählt? Ich habe gewählt... Hier den Arcanist. Ah, schuße shop. Äh, ich habe Blade Hunter. Wie mache ich das denn jetzt? Ähm, E gedrückt lassen und dann kommt das Radialrad und... Jo. Ja, weil... Ich habe bei mir nämlich unten so ein Lied an das Zeug. Ich habe mir jetzt mein erstes Marki-Ding da gecraftet. Ja, das wird das sein. Du hast wahrscheinlich schon irgendwie einen Shop oder was, ne? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Hier unten. Ja, der ist es. Okay. Das kostet Stamina, ne? Hm. Zwar gut, was auf Stamina setzen, aber halt auch nicht zu viel. Soll ich irgendwas lernen vom, ähm... Ich bin schon mit 22 Narkose mit lange herstellen. Okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Holzwände. Okay, Wände. Dann lerne ich die auch mal noch. Ich habe jetzt auch, äh, Türrahmen... Türrahmen, ne, Türrahmen könnte ich noch lernen, wenn du die nicht gelernt hast. Ne, habe ich nicht. Okay. Ähm... 20 ist zu lau. So, wo ist meine Magic hier? It's a kind of magic. Das machen wir auch rein da. Ja, das ist doch schon da. Großmittel, ich packe mal hier nochmal ein bisschen schwarze Bären rein. Brauchen wir noch ein paar Narkose mit rein. Ähm... Hier hast du Holz, hier hast du Fasern, hier hast du Stroh. Oh, hier hat man es. Hier hast du erstmal einen Schlafsack. Kannst du erstmal dann eben hier im Pläden. Also ich habe auch ein Bett, so ist es nett. Soll ich den Schlafsack jetzt hier blasen oder nicht? Äh, ne, ich place jetzt hier das Bett. Äh, hinter dir liegt noch das Stroh. Nimmst du das mal? Ach so, okay. Ah, ja, ja, genau. Ich mache auch mal gerade noch ein bisschen. Oder haben wir schon irgendwo im Lagerfeuerholz, ne, ne? Ne, ich gehe jetzt noch weiter Holz fahren. So, dann kann man vielleicht auch fertig. Du bist nicht gerade da, oder? So, dann kann ich schon mal Narko-Pfeuerholz, die ich noch nicht gelernt habe. So, dann kann ich auch noch mal Narko-Pfeuerholz, die ich noch nicht erinnern habe. So, dann kann ich noch mal Narko-Pfeuerholz, die ich noch nicht erinnern habe. Das war mal Narko-Pfeuerholz, die ich noch nicht erinnern habe. So. 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 rüstung erst mal schon mal zwei hergestellt sehr gut also brost anführer jetzt habt ihr ja vorhin schon die lederrüstung ausgeboten wo es reißen wo es gleich mit geschmissen würde ich eigentlich nicht ablegen ganz wichtig ist gerade aktuell ein bisschen lange weide hier alles vorbereitungen ja gehört ja eben dazu aber zum spielen ist das eigentlich immer eine geile phase finde ich den start von arg also ja weil am anfang halt extrem viel passieren kann ja ach so wir brauchen hier noch zwei wände drei wände hier oben ist noch ein und dann hat sich eine 2 gut dann habe ich ja richtig so vielleicht auch gleich nochmal durch warten bis das fleisch durch ist dann kann nämlich jetzt die stoffrüstung weg da fehlt mir wieder aktuell holz kann ich noch ein bogen schaffen was brauche ich also holz holt ich dir schon mal ein bisschen vielleicht ich gehe mal gerade runter an den strand soll ich wasserflaschen mitnehmen zu füllen hatte ich die habe ich denn ich komme zu dir so das ist ein raptor ja lasst du mal noch am leben denn ja sagte auch sehr schön ganz kurz erstes tierchen ja ja zum verteidigen auf jeden fall in ein lager vorher habe ich jetzt holz und stroh reingelegt prima so dann wollen wir mal schauen hier zack 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 wo das wird ein hei oder ist das ein hei oder ist das ein hei ja der raptor ist hinter mir oh level 90 oh nice man das war schon direkt ein schönes tierchen komm falle um nice nice geht's halt geht's halt äh kannst du mal zu mir kommen ich brauche wasser sonst falle ich da um ja 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 hier wird schön jetzt habe ich auch noch narkobären gefressen ja aber ich weiß immer noch nicht wie man die masken da platzieren soll ne das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht nur da meine einfach mal joshin discord fragen ja schützt dich in die base rein und dann fragst du immer vielleicht warten die auch bis man eine base hat weil man muss ja man kann die ja am anfang jörgends platzieren weißt du ähm weil die sind ja auch nicht mehr im inventar oder so frag mal habe ich mich verlaufen oder was ich weiß nicht was denn die scheiß base jetzt ach mal hier war es zeug noch schnell in zweiten bogen craften unser raptor zerflasht den anderen raptor ich korrigiere unser raptor kriegt gerade irgendwie voll auf die schnauze oh fuck das ist so gehört sich das nicht raptor streng dich mal an ja ich habe den raptor jetzt noch geholfen geholfen alter was von level wann der 135 ich hatte kein fernglas das ist ja schon traurig naja unser raptor habe ich auch zwei mit dem narkosefighter sag mal ich hatte doch die narkosefighter da sind sie so normalerweise dürfte der andere raptor in seinem sein der frisst durch oder noch einmal letztes mal frisst er nicht ne du musst auch so ich habe schmiede gebläst mhm ich habe 54 metall habe ich auch schon im impf bin ich dir gleich vorbei wenn der raptor fertig ist ich bin noch mal ein bisschen holz und so kram holen schrank zu basteln schrank und noch die decke die fehlt die eine nicht wundern dass die decken ein bisschen komisch aussehen alles gut ich habe drei stück drauf gebaut irgendwie anstatt zwei weil der sie versetzt hat das war aber erst zu spät aufgefallen so recht ist schon ja eine decke noch wo ist der schrank 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 wo bist du da ein so beide raptor stehen vor der base sehr gut haben beide sattel drauf da tue ich noch ein bisschen mehr holz rein zack ja wenn du gleich kannst bergbank im pläsen ja ich nehme mal ich heb jetzt das totem auf und setz das bei uns in der base mit rein damit sich ja keiner einen anderen job genau vor unserer base sich holt genau ja wenn du äh diesen diesen jump job da hast ne dann bist du nur kann man nix drehen ja stimmt so ok ähm du baust gleich nen Schrank ne ich baue gleich nen Schrank ne ich baue gleich nen Schrank ja dann gehe ich nämlich jetzt nämlich nochmal große Mittel fahren dann holen wir uns am besten gleich noch irgendwie einen Pflanzenfresser damit wir besser Beeren fahren können ok ich habe gerade ganz schön auf die Schnauze bekommen und was mega neueres aber ich habe es so ich habe also schon mal Chitin am Start ich habe auch vier Level gerade gemacht gegen die nice na ich wollte Leder fahren einen doofen Raptor äh Leder habe ich ja und dann dann haben die mir den wegschnappen wollen weißt du wie sie es immer so gerne machen und mega neueres ja ich habe jetzt werden sie zur Rüstung verarbeitet dafür ja Rüstung oder halt eben Petri Sattel ne ja genau stimmt da ich jetzt nicht weiß ob er Flugtiere deaktiviert hatte oder nicht ja ich glaube sogar nicht ja ich meine nämlich auch nicht da unten schieben Raktor an unserer base verdammt einer da stehen gleich zwei noch besser hier oben läuft aber auch überall in der wahnsinn bist du das der ja auch der eine und 74 ist der andere so ja bergbein würde ich hier so im pläden da wo ich gerade war ne oder mhm ohja da kannst du auch im pläden oder hier nebendran ne hab ich es gedacht aber da könnte man ja so am Bett so am Bett kann man ja so da kann man noch eine Schmiede vielleicht dabei bauen oder so genau dann ja dann kannst du definitiv noch ein paar Schmiede bauen wir können ja noch ein Dach hier drüber bauen richtig 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 Fortschiffs noch da oben drauf bauen so äh dann tue ich mal das bisschen Leder die Fasern ich geh jetzt mal Wasser holen ja achso falscher hat ja ich stelle jetzt gerade einfach mal 30 pro das her ok dann haben wir auf jeden Fall erstmal wieder genug da war ja was ich kann ja die Sachen nicht einfach so aus dem Impos werfen dann haben wir nämlich erstmal genug wenn wir nur einfach im Schrank gehen brauchen nach zu ähm ich kann eigentlich keine Steine aufsammeln ok hab der Raktor mich nicht mehr so so Wasser ist gesammelt ich bin den äh den unsicheren Weg die Klippe runter gegangen oh Twilo Bytes zwei Stück ähm jetzt kann ich die auch also oder also ich weiß nicht die soll ich keine 40 Stück bauen das brauchen wir glaube ich nicht machen wir noch so 10 ausdauer wieder weg vor allem den trifft man nicht unbedingt immer so gut ne mhm ja jetzt hat er ihn soll er jetzt auch ein paar Leder gehen soo oh ich hab ne schwarze Perle bekommen ok kann man Motorboot oh scheiße alter wir haben genau ein Rex vor der Tür oh ja das ist jetzt nicht so gut äh verhalten ähm äh passiv ja hallo Mr. Rex folgen sie mir bitte ja hallo Mr. Rex ich hoffe meine Nacko Pfeile reichen ich hab nur 36 ich versuche uns dazu zu stoßen irgendwie wie ein Rex wär schon echt mega ja ja falls das mit dem PvP hier nix wird also falls es nicht so viel PvP Action ist können wir ja versuchen innerhalb vom Projekt die Bosse zu legen hab nur keinen Bock dass der mich beißt so wo bist du denn hin bist du weiter hoch gerusht gerusht oder bist du noch in der Nähe von der Base ah ich seh die Schadenszeilen lauf 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 ich weiß halt nicht was für ein Level der ist naja die Tore also jedenfalls sauer ja ich wäre auch sauer wenn man einfach auf mich fliegt würde aber der hat ein Bronto erledigt okay der Bronto war Level 15 das ist ja schon mal raus das ist ja schon mal raus das ist ja schon mal raus ich darf jetzt noch nicht weil ich bin nämlich auch noch nebenbei und versuchten oh wei ja ich könnte dir Flash wenn er jetzt nicht gerade die Agro auf sich hätte er ist Level 50 okay den down kriegen ein paar Pfeilen ich weiß nicht ich hab jetzt noch 11 10 ich hab noch 11 müssen einfach einmal ein paar Sekunden warten ja der haut ab oder? ne der hat dich ganz so lieb oh komm schon du musst doch jetzt mal langsam abdampfen ich hab noch zwei Narko Pfeile dann war's das ich glaub er haut ab ja ich glaub's auch ja er haut ab ein Narko Pfeil noch dann war's das bei mir ich hab noch fünf ne der ist auf dich noch scheiße ich hab keine Narko Pfeile mehr schau mal schnell ob wir noch Narko Mittel haben genau 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 ich kümmere mich so lange um ihn Narko Mittel kommt schon nein wir haben keine Narko Bären mehr oh shit ich scheiße warte mal im Schrank ist noch Betäubungsmittel oder? hast du das verwendet? ich hatte nämlich glaub ich in den Schrank das hatte ich schon verwendet ah shit scheiße ey da müssen wir ihn wohl mit der Faust betäuben er greift mich nicht mehr an so ich hab ihm jetzt meinen letzten Pfeil reingejagt oh da müssen wir jetzt unterhören ne ich hab noch einen Pfeil ne ich hab noch einen Pfeil tu mal bitte schmeiß mal Wasserflaschen Wasserdecke raus oh shit oh shit du bleib mal hinter stehen du musst ja aufpassen dass wir uns nicht gegenseitig getreffen ja leu leu aber das wäre auch eine Premiere ich hätte noch nie einen T-Rex mit der Faust gezähmt ja auch noch nicht und Ovis du bist der Schöpft gut aus so kümmer durch mein weiter und nach rechts ich mach mal das Ovis Blatt er schläft nice ok nice man alter ach wie fett ok ich brauche unbedingt Wasser ne sonst nicht ich hab 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 was hab Wasser ich mach nur die Zings bei dem Scherp jetzt nicht mehr 1 2 3 4 5 6 7 hier hast du Wasser Alter mit der Faust weggeboxt nice ja lieber shit da liegt da liegt da Wasser wo das weg ist ja da liegt ein Para ey schau mal mit Para macht mir ja nix so dann leg ich gleich Hammel rein wir haben 300 ey und das beim Dings bei dieser Taming Geschwindigkeit wie viel war es mal 17 oder so ne ich weiß es nicht so wir haben 17 äh fast 400 Hammelfleisch boah geil das reicht auf jeden Fall um den zu zähmen würde ich sagen ja ich hab schon 100 reingetan das dürfte auf jeden Fall easy ausreichen alter Verwalter so auf jeden Fall nochmal einen auf Gewicht ey also ich mach mindestens 600 Gewicht so und der muss noch dreimal fressen äh zweimal fressen dann ist er durch alter wie geil wie schnell das geht ist das so nice nice fetter Move ja herzlichen Glückwunsch Chris geil alter ja das war aber auch total bescheuert was wir da gemacht haben wir sind da ich dachte nur wie so fixiert nur noch den Wrecks hindern gesehen ey und einfach durchgelaufen da muss oh da hinten sind Hack Wrecks ne bitte nicht hierher kommen und den Wrecks fressen ich weiß auch gar nicht wo ist denn der Raptor äh äh den Raptor hab ich da hinten facken lassen ah gut ich hab den auf Folgen gefiffen aber er hat mir auch hinterher gerannt also hab ich den hinten einfach stehen lassen ja dann auf Passiv nachher oh du bist ja eh grad beim Reck ja weil ich kurz wegen dem Raptor äh hier unten steht er ok du hör dich pass auf dass der Tech Wrecks äh der Tech Wrecks jetzt nicht an unseren Wrecks geht ey dass wir jetzt nie ist ja aber der frisst die frisst die normalerweise frisst die greifen die doch nicht an ne 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 normalerweise nicht das rennt hier bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal